Ja, hallo, hier geht's weiter. Mir auch nicht, Babbel. Mir auch nicht. Was? Was ist das denn? Was? Okay. Oh, oh. Ja, was jetzt? Hm, das wäre der Genosswert. Gott auf mich! Pilze! Stopp! Gott verdammt. Besser haben die Faschisten das Licht ausgemacht. Diese Dinger hassen es. Okay, Spartan, eine kurze Lektion. Patronen helfen hier nicht. Aber da sie Angst vor Licht haben, machen wir es hier hell. In Ordnung? Mach die Taschenlappe an und denk nicht einmal daran, sie aufzumachen. Okay, F gedrückt halten, um die Taschenlappe aufzuladen. Okay. Drücke mehrmals linke Maus aus, um das Ladegerät zu benutzen. Ah. Ah, cool. Wusste ich noch gar nicht, dass man die so aufladen kann. Ja, toll. So, jetzt müssen wir uns hier durchwurschteln anscheinend. Ah, das Feuerzeug an hier. Alles abbrennen. Kann da nicht wahr sein. Wisch, wisch. Oh! Der Gaswärts sind schon wieder ein Stück Moon verschwendet, mein Kollege. Renn nicht so davon, ich komme nicht hinterher. Nein, nein, Sturz. Anscheinend haben sie den Tunnel gesprengt. Oh. Vielleicht ist etwas auf der anderen Seite, dass sie nicht mit Schüssen aufhalten konnten. Halt! Halt, halt, halt! Ich spüre einen Luftzug. Irgendwo muss dein Weg durchführen. Artyom, hilf mir mal! Ja, Moment. Ich komme. Ich komme. Ah, da. Muss drücken, wa? Drücken. Oh, bin ja noch gar nicht so weit. Moment, Moment. Vorsicht, Kollege. Können die auf den Kopf fallen, wenn ich sitze? Was springen du auch wieder in fremde Loch? Das sieht schon wieder eklig aus. Und alles voller Leichen, natürlich. Noch größere Viecher. Scheiße! Die sind ganz nah. Warte, Artyom. Keine Hektik. Sieht hier vodesichtig. Sieht frei aus. Moment, ich fackel... Voll die Spinnen in der Fresse gehabt. Moment, ich fackel alles ab hier. Ah, mach einen kurzen Prozess. Ist das eklig. Sieht schlecht aus, was? Okay, hoffen wir mal, dass der Aufzug funktioniert. Hoffen wir, hoffen wir. Moment, ich gehe mal gucken hier rein. Was hier drin sein. Oh. Oh, da haben wir was. Moon. Moment, Kollege. Ich habe Moon. Warte, Moment. Kollege, please warten. Ich habe Moon. Oh, da. Noch mehr Militär-Moon. Kann nicht liegen lassen. Moment. Moment, Kollege. Wo bist du? Ah, da. Ja, gut gemacht. Gut gemacht, Kollege. Also, was ist jetzt? Immer Taschenlampe aufladen. Wo nichts haben Licht. Pass zu. Warum hat er angehalten? Kaputt. Kaputt sein. Oder etwas sitzen oben drauf. Etwas schweres. Bremsen gezogen, oder was? Scheiße. Lüchte. Oh. Gehen doch. Komm schon, dulken. Fest gepresst. Wir haben uns gehört. Scheiße, wir sind direkt in Ihrem verdammten Nest. Oh. Mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der ist schade. Artyom, Artyom! Wir sind zuvor. Ich habe doch nicht mehr. Ich sehe es in mir. Der ist zugegeben. Oh mein Gott. Ah, 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 hau. Ah, ah. Nimm das Miststück. Oh, 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 oh. Siehst du den Bauch? Das ist die einzige verwundbare Stelle. Der Rest ist zu hart geparzerd. Oh Gott. Okay, Artyom. Wenn wir einem dieser Dinge begegnen, dann mach deine Lappe an, bis es seinen Bauch zeigt. Hast du verstanden? Die Mistwicher hassen das Licht mehr als alles andere. Gut, gut. Komm schon. Mir und auf. Erhasen Licht. Licht nix gut. Es Mistwicher. Artyom. Licht. Brate es, Gottverdammt. Braten, braten. Drillhähnchen machen. Nimm das, du Miststück. Gitti, gitti. Danke, Kumpel. Eine für alle, was? Bitte. Einer für alle und alle für einen. Oh, Moment. Hier, hier. Moment, Kollege. Hier. Moon. Was ist das? Kann man die nicht einsammeln? Moon. Moon. Ah. Komplett sein. Moment, Kollege. Wo bist du hin? Ey, wo bist du schon wieder hin? Weg. Oh, hier. Hier, hier. Moon. Noch mehr Moon. Oh Gott, was ist das denn? Ich habe die Fliege in der Fresse. Chaut mir ab. Chaut mir ab. Ich brauche Moon. Moon und Geld. Geld und Moon. Nix anderes. Das ist hoch. Was? Es geht. Nix hoch. Guck. Guckst du. Alles klar, Artyon. Spring. Los geht's. Hier runtergelaufen. Nix hoch. Okay. Oh, doch nicht. Kann man nicht rüberspringen? Du hast kaputt. Mist. Die schon wieder. Artyon, nimm deine Lampe, um sie abzuwehren. Wo? Ich versuche, uns rüberzubringen. Wo? Klasse. Das sollte gehen. Boah. Artyom, Artyom. Komm und hilf mir, das rauszuziehen. Moment. Moon. Was? Was rausziehen? Was? 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 Ach das. Okay. Moment. Moment. Achtung. Nicht, dass du bekommen, Stange ihn fräst. Taschenlampe aufladen. Oh Gott. Kollege, du bist verrückt. Mach's mir nach. Kollege, du bist verrückt. Wo kommen Viecher? Wo kommen Viecher? Wo kommen Viecher? Hau ab. Chauen ab. Mach sie kurz, weil sie sich umgeht. Hau ab. Miestiges Viech. Miestiges Viech. Schieß, wenn sie offen ist. Schieß, wenn sie offen ist. Und wir sollten vielleicht etwas Moon sparen. Hier. Ich hebe nicht hoch. Okay. Moment. Kommen nicht noch Drecksviech. Oh, hier. Da. Medipack. Wow. Wow. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Dreckiges Viech. Hau ab. Moment. Gebst du mich hoch? Ich komme. Oh, Scheiße. Wir sind drinnen. Artyom, komm hier. Komm hoch. Oh, Mann. Danke mal. Schneller, schneller, schneller. Bewegung. Schneller, schneller. Nichts Zeit zum Sammeln rein. Hau ab. Hau ab. Bereit? Lass jetzt. 1, 2, 3. Oh, wow, wow, wow. Autsch. Alles klar, Artyom. Aua, aua, aua. Komm schon. Nicht so schnell. Hat mir wehgetan. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Bitte, nicht so schnell. Wie gefällt euch das, ihr Schlampe? Oh, hier ist Licht. Licht. Okay, hier sind wir sicher. Sieht gut aus. Aua, au, au. Warte einen Moment, Artyom. Ohne Licht ist das Licht. Lass mich eine Fackel oder sowas machen. Hier ist doch Licht. In Ordnung. Es werde Licht. Oh ja, vor allem Fackel bei den ganzen Wurzeln hier. Du bist verrückt. Lass uns gehen. Moment, da kommen vier da dahinter. Nicht. Nichts. 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 Lass uns durchgehen. Ich gucke, dass nichts kommen. Vier. Von die hinten. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Verschwinde. Weg, weg. Wo? Nichts gesehen. Oh, Moment. Hier gehen rein. Moment, Kollege, 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 Kollege. Hilfst du mich? Hilfst du mich? Nicht rennen weg. Haben nun. Haben gefunden, nun. Ach, ja, jemine. Mach'n Licht. Mach'n Licht. Licht, Licht. Hau ab. Raus' du ab. Echelige Spinevieh. Merk. Oh, Tür. Scheiße. Sieht nach einem elektrischen Schloss aus. Okay, die Drähte führen nach... Tatatata. Ah, da. Hey, sieh mal, Tatatatata. Du hast die Lampe. Wenn du den Drähten folgst, müsstest du zu einem Sicherungskasten kommen. Er hat früher das Tor betrieben, aber die Batterie ist sehr wahrscheinlich jetzt leer. Wenn du sie findest, musst du dein Ladegerät daran anschliessen und wir versuchen, die Tür zu öffnen, okay? Okay. Müssen finden... Sicherungskasten. Mach'n dir keine Sorgen um mich. Ich bin Apos. Ich erschlage sie alle mit meinem Stahl. Mit deinem Stahl. Ja, das hoffe ich doch. So. Wo geht's jetzt hier lang? Gott, oh Gott. Alles so dunkel. Und ich ganz alleine. Nix. Gut. Verschlossen. Merde. Es war ja klar, dass wir wieder hier alleine durchlaufen müssen. Haben den ganzen Fuß und Scheiße. Merde. Merde. Wo kommen her? Wo kommen gruselige Geräusche? Ich habe Angst. Babbel, komm her. Rettet mich. Feuerzeug. Fackel die Mistviecher ab hier. Fackel, 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 Fackel. Genug gefackelt. Oh, was ist das? Eintrag, Logbuch, Tabulator. Lesen. Fackellicht. Die Tunnels und Stationen der Metro sind nur ein Teil der unterirdischen Bauprojekte, die in der langen Moskauer Geschichte verwirklicht wurden. Die Großfürsten wollten Geheimwege und Verstecke bauen. Die Zaren wollten Katakomben und Religienschreine bauen. Und selbst damals, vor Jahrhunderten, stolperten sie alle über noch ältere Wege, die in vergessenen Zeiten und vielleicht nicht einmal von Menschen geschaffen wurden waren. Höhlen, unterirdische Flussläufe, niemand weiß wirklich, was sich um die Metrostationen herum befindet oder darunter. Es gibt keine Karten. Denn Kartografen kommen nie von ihren Expeditionen zurück. Und diese seltsamen, albtraumhaften Kreaturen, die in den Katakomben leben, sind sie wirklich ausgebotene Strahlung oder haben sie vielleicht schon immer dort gelebt? Vielleicht haben sie die Menschen zuvor einfach gemieden und spüren jetzt, dass unsere Erde naht, wir nicht mehr die Herren der Erde sind. Das Acht aus unserer Ende naht, wir nicht mehr die Herren der Erde sind und werden daher mutiger und kommen uns näher und näher, um uns letztendlich anzuspringen und von uns zu zehren, solange wir noch warm sind. Das ist auch gut möglich. Das seien Außerirdische, die haben schon immer hier gelebt und warten jetzt auf schicksalhaften Moment, um uns platt zu machen. Feuerzeug. Zücken, wie, was ist das für Eier? Wow. Merde! Merde! Wow. Wow. Wow, 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 wow. Hau auf, du ab. Hau auf, du ab. Hau auf, du ab, hab ich gesagt. Merde. So, geht kaputt. Kaputt. Ekelhaftig, Spine, Vieh. Oh. Noch eine. Noch eine. Noch eine. Noch eine. Wow. Noch eine. Und noch eine. Komm schon. Hau auf. Hau auf, du ab. 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 Geht kaputt. Endlich. Kann ja wohl nicht wach sein. Boah, Taschenlampe. Bestimmt schon halb leer. Okay, noch nicht ganz. Aber sicher, sicher. Oh, damn it. So, viele gruselige Staaten hier. Feuerzeug. So, mach Licht. Licht ist immer gut. Und ihre Munition. Sogar Militärmunition. Noch mehr Mun. Viele gute Mun. So, lass uns abbrauen. Lass uns abbrauen. Und alles abfackeln. Noch mehr Eier. Nix gut. Nix gut. So, machen die Eier kaputt. Feuer. Machen alle Eier kaputt. Weiß doch nicht, ob das das bringt hier. Wenn man sozusagen die ganzen Eier aufgehen lässt. Aber ich denke, es schadet nicht, die kaputt zu machen. Am Ende kommen dann noch Viecher heraus. Und wir hätten vorsichtig sein sollen, wenn wir nicht gemacht. Wow. Eklig. Ekliges Zeug. Bist du kaputt? Verdammt. Merde. Merde. Das geht nicht kaputt. Sieht nicht so aus. So, mein Freund. Da hat die Kabel. Oh, das ist denn der Raum, ne? Ladegerät. Anschliessen. So. Und dann drücken, drücken. So, Licht. Wunderbar. Das ist das dann. Moin. Wow. Gauw, schauw, 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 schauw. Oh. Wow.